Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Reihe von RimWorld und zwar gibt es kein normales, sondern jetzt auch mit Robotern. Und dazu, bevor wir alles starten, gehe ich mit euch erstmal die Modliste durch dafür. Und zwar, als allererstes ist der Modmanager mit dabei. Und zwar, er gibt die separate Liste für aktive und inaktive Mods. Ihr könnt sie hin und her switchen, wenn ihr sie braucht. Ihr könnt euch das sortieren, wie ihr wollt. Und er zeigt euch auch hier unten bei dem Ausrufezeichen an, falls irgendeine Modprobleme ihr habt mit irgendwas. Wieso denn? Hier haben wir Huxlip mit dabei, ganz normal. Wird für Low Tool Map Re-Roll Android Tires benötigt. Low Tool. Kononisten sind schlauer, was Tragesachen betrifft und sonstige Tragen bauen Zusammenhänge, bauen Stahl ab und das Ganze alles anstatt ein Feld nach dem anderen. Just Tools wird benötigt für anderweitige Mod. Und dann kommen wir hier zu den Android Tires. Roboter bauen als Ersatz von richtigen Rimianern. Yes. Das machen wir neue Implantate. Gibt es neue Roboter Fraktionen, Roboter Tiere und auch, weiß was ich noch, Tier und Tier und Tier und Tier und noch und noch und noch. Und zwar hier nochmal für die Human Alien Race. Es wird benötigt für die Android Tires, Schaffung von außerirdischen Rassen. Also es wird richtig, richtig geil. Es gibt noch die Cybernetics Organism und Neutral Network. Das Ganze ist eigene Cyborgs und Superhelden. Könnt ihr damit erstellen durch verschiedene Implantate, Cyborgs und Androids, Protothesen zum Beispiel, künstliche Körperteile und Waffen, Transformationen, Transplantationen, Nervenchips, Fusionen und Verbesserungen. Es gibt noch Go-Explorer. Ein neuer Event-Mod ist das Ganze. Und zwar könnt ihr da auch zum Beispiel antike Städte erkunden oder erobere ein Raumschiff, das gerade starten will. Und die sind halt alle böse. Ihr könnt es klauen, kaputt machen, selber wahrscheinlich damit wegreißen oder sonst auch was immer. Neue Ereignis verlorene Stadt. Antike Stadt wurde zerstört. Reise hin und plündert Rohstoffe. Aber achtet auf Gefahren. Es gibt noch Schiffskernstart. Ja, das war das, mit dem Schiff startet und die Männchen bewachen das Ganze. Es gibt noch Ambrosiasüchtige Tierchen. Es gibt noch neue Siedlungen, dass andere Fraktionen einfacher neue Siedlungen bauen. Es gibt eine Rechercheanfrage. Da müsst ihr dann euren besten Wissenschaftler oder mit geistigen Doktrinen hinschicken. Und es gibt dann auch eine zufällige Forschung dafür geschenkt. Es gibt ein Gefangenenlager. Die könnt ihr dann befreien. Und eine abgefangene Nachricht, die unverschlüsselt durchging und die sagt dann halt, ja, da und da ist das und das. Und da muss man schnell sein und dann kriegt man das auch. Und zwar Rim Cities habe ich ja schon mal so ein Mini-Let's Play gehabt, so als Just for Fun. Es gibt große Städte, gute und böse zum Handeln oder was schwerer ist, sie zum Zerstören mit bis zu 50 Gegner vor Ort. Und Piraten greifen auch die Städte an, können diese erobern und die können auch euch mit Mörsern beschießen aus diesen Städten. Was ich auch richtig, richtig geil finde, ist der Large Auspost. Er ist einfach mal größer als die ganz normalen, kleinen und ich liebe das, anstatt wenn ich da mit drei Leuten hinkomme nach einer Weile und da nur ein Popeltyp wartet. Das macht einfach keinen Spaß, keinen richtigen. Und zwar für größere Piraten aus Posten, schwere zu verstören und natürlich, was so wichtig ist, es gibt mehr Belohnung dafür. Dann gibt es noch die Color-Coded Mod Bar, zeigt euch an, bei einem Kolonisten hinterlegt die Farben von grün bis, mir geht es hypermäßig gut und dann geht es runter, runter, runter bis rot, da ist dann extrem mentaler Bruchschwelle. Der Medical Tab fügt eine umfassende medizinische Übersicht hinzu, ist unten in der Leihstil, die die Gesundheit der Kolonisten auf einen Blick zeigt. Dazu, Körperteile, Effizienz und Blutung und das ganze Zeug. Edustail Trade Ships fügt die Häufigkeit von Halsschiffen hinzu. Und zwar könnt ihr einstellen, die Tage und wie viele kommen sollen. Da könnt ihr zum Beispiel, es soll jeden Tag ein Schiff kommen oder alle fünf Tage ein Schiff oder jeden Tag zehn Schiffe. Das kann man sich raussuchen, so wie man Bock hat. Mod Trade Ships erhöht die Rate der Handlungsschiffe. Dann gibt es noch den Trading Spot. Das ist wie der Partyplatz, es gibt ja der Karawanenplatz zum Aufstellen und noch der Hochzeitsplatz. Das ist auch einfach nur eine Kachel, die platziert ihr irgendwo. Und dann kommen die Karawane, die zu Fuß unterwegs ist, die kommen dann von der Karte, lümmeln da nicht irgendwo auf eurem Map rum, sondern gehen genau zu diesem ausgewählten Punkt hin. Es gibt noch die Raider-Info, wie viele Angreifer auf der Karte noch übrig sind und wie viele es eigentlich auch überhaupt sind. In Crusade Stack, das ist, ihr könnt von 75, was normalerweise drauf kommen können, jetzt 750 drauf. Also, das ist jede Menge Platzersparnis. Der Job Splitter, ja, wie es schon eigentlich sagt, er teilt nochmal die normalen Jobs nochmal eins kleiner auf, um es wirklich noch ganz, 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 ganz präzise zu machen. EDB Prepare Carefully, auch geil. Da könnt ihr zum Schluss, wenn ihr reingeht, die Kolonisten umbenennen, aussehen, was sie anhaben, ihre Skills komplett machen, dazufügen, wegnehmen, Piraten dazunehmen, boah, weiß was ich, ihr könnt Möbel mitnehmen, ihr könnt Tiere, ihr könnt alles, was es gibt, könnt ihr mitnehmen, wenn ihr das auch wollt. Dann noch die Architect Icons, das ist ein bisschen aufgeteilter, ein bisschen aufgeräumter. Das finde ich eigentlich immer noch ganz schön. Fuck Friendly Fire, Kolonisten treffen ihre eigenen Kolonisten nicht mehr. Ja, könnt ihr auch einstellen, bis zu welchem Skill, wie viel Prozent Chance ist, dass die noch treffen. Finde ich aber doof. Aber daher, von Anfang an treffen die sich nicht gegenseitig. More Vanilla Factions, das ist, ihr könnt einstellen, insgesamt, wie viele Fraktionen es auf der Welt geben soll und welche Fraktionen, zum Beispiel könnt ihr zehn Fraktionen mitnehmen. Ihr könnt euch aussuchen von normalen Union der Outlander, ob sie böse sein sollen, lieb sein sollen. Ihr könnt auch die Stammesmitglieder weglassen, wenn ihr da keinen Bock auf die habt. Und ihr könnt auch Piraten minimieren oder maximieren, ganz wie ihr wollt nach Belieben. Es gibt noch die Faction Control. Und zwar könnt ihr noch die Dichte einstellen. Und normalerweise sind die ja so ewig weit weg alle. Dann könnt ihr das auf Maximum stellen. Das sind die, ihr habt keine Ahnung, hier, da, 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 ganz, ganz viele. Und was ihr noch einstellen könnt, ihr, also, das zum Beispiel, hier die Union, die eine Fraktion ist. Hier ist die Piraten komplett gebündelt auf der ganzen Karte und hier die nächsten. Aber das finde ich jetzt nicht so gerade der Hit. Es gibt noch Soll Contrast. Das ist einfach nur so ein optisches Ding. Macht steinige Böden heller und gelber. Macht reiche Böden dunkler und brauner. Was auch noch cool ist, ist Rim Quest. Spezielle Quest, die bei einem Mitglied einer Karawane abgefragt werden können. Der Rimianer dementsprechend hat ein grünes Aufrufezeichen. Der ist markiert damit. Ihr geht hin, labert den an. Keine Ahnung, gibt den ungefähr 78 Silber. Und könnt ihr dann zwischen drei und vier Quests raussuchen. So wie Handelsanfrage, bewusstloser Flüchtling. Bei dem könnt ihr auch die KI-Kerne holen. KI-Kern ist irgendwo und könnt ihr hingehen, könnt den schnappen. Dann habt ihr den. Gefangenenlager, Außenposten zerstören und, und, und. Das, was es halt so im Ganzen normalen auch noch gibt. Dann haben wir noch die Real Ruins. Das ist auf der Karte so kleinere Bereiche, wo es so Zeug gibt. Wände, Türen, teilweise Betten. Es gewinnt Krafträder, Batterien und so Zeug. Es ist halt alles kaputt. Ihr könnt es reparieren, ihr könnt die vor Ort nutzen. Ihr könnt es aber abbauen und dann woanders aufbauen, wenn ihr da Lust habt. Vanilla Weapon Rechstextur. Das ist einfach nur, die haben ein kleines, überarbeitetes Design bekommen. Und sind da von der Grafik her natürlich auch ein bisschen besser. So wie zum Beispiel die Zoom-Mod von Camera Plus, von Brains. Die habe ich hier natürlich auch mit dabei. Dann gibt es hier noch Mist Weapon Repair. Und zwar, wenn ihr beschädigte Waffen habt. Das ist ja kacke. Ihr habt exzellent und geht immer weiter runter und weiter runter und das kacke. Ihr habt noch mehr davon. Keine Ahnung, drei weitere. Die sind schlechter als die. Dann sagt ihr denen, ja komm, reparier die Waffe. Und dann nimmt er sich Teile aus der anderen und dann sinkt halt die Prozentzahl von den anderen. Und eure Top-Waffe ist einfach wieder up-to-date. Der Select-Turrent-Target erlaubt es manuelle Zielwahl für unbeemannte kleine Geschütze. Ihr nimmt es, sagt hier, angreifen dieses Ziel. Zum Beispiel bei einem Sturm oder irgendwas, dass ihr da koordiniert drauf schießen könnt. Was man im Vanilla nicht machen kann. More Vanilla Turrets. Es gibt für Nahbereich welche. Es gibt für Verkampf welche. Es gibt hier den krassen Volcano-Turm. Aber ich möchte eigentlich nur den kleinen Militär-Turm bauen. Aber wir gucken mal, was sich denn so alles ergibt und wie stark es noch zum Schluss wird. Feed the Colonist ist, sie können jetzt vier Mahlzeiten auf einmal kochen. Es ist eine Zeitersparnis. Anstatt jedes Mal eine hin, eine zurück, eine hin, eine zurück, eine hin, eine zurück. Da wird schon verrückt bei einem Ganzen. Run the Gun, was ich auch bei meinen Zombieland-Videos benutzt habe. Die Leute, die rennen und können während dem Laufen, können die schießen. Haben aber einen Prozentmalus, könnt ihr auch selber einstellen. Während dem Laufen, keine Ahnung, 20% weniger Genauigkeit. Und auch wenn die Parkfraktionen, zum Beispiel die Piraten, flüchten, haben sie bei mir eine 50%ige Chance, dass sie bei ihrer Flucht zurückschießen. Also eigentlich permanent schießen, das ist ja schwieriger, wenn ihr hinterher rennt und aufräumen wollt. Da werdet ihr beschossen. Nicht alle von denen, sondern jeder Einzelne hat eine 50%ige Chance, dass er halt dies benutzt. Effizient, wie heißt, Utilities, das ist die ganze elektrische Zeug, das ist einfach, von der Wattzahl ist niedriger, ein bisschen besser. Dann haben wir hier die RT-Fuse, elektrische Sicherung zur Minimierung von Kurzschlüssen. Eine Sicherung blockt oder entlädt schön die drei Batterien. Das wird halt minimiert, dass die halt explodieren und somit sehr großen Schaden anrichten. Dann Miniaturization, mehrere Gegenstände und Produktionswerkbänke können umgestellt werden. Das ist der Symphonie auch nicht möglich. Ihr platziert den, da könnt ihr die nur abreißen. Dubsmind Minimap, auch ganz cool. Ihr könnt hier, seht ihr, was ich gebaut habe, wo alle Kolonisten seid. Dann könnt ihr noch gucken, ah ja, ein Angriff. Anstatt drauf zu klicken, da kommt der Pfeil. Seht ihr auf der Karte hier die runden Bobbeles. Und dann wisst ihr genau, wo die denn sind. Dubsmind Menus, erleichtert es, Dinge auf der Karte zu finden. Wie alle Bauteile, Erze, ihr geht drauf, rechtsklick, alles aufzeigen und dann bam, seht ihr die Anzahl davon. Und dann könnt ihr, keine Ahnung, wenn drei Raumschufteile sind, anstatt auf der Karte zum Suchen draufklicken, alle abreißen. Dann rennen sie da hin und machen das halt alles nach und nach. Roads of the Rim, ihr könnt selber Straßen erstellen und ihr könnt auch vorhandene Straßen aufwerten. Das kostet alles natürlich, aber muss richtig geil sein. Habe ich noch nicht ausprobiert, mache ich aber noch. Dann haben wir hier die Idee Ambroseuse. Das sind die kleinen Schießscharten in der Wand. Da könnt ihr auch einstellen, prozentual, wie viel die euch schützen. Bei mir sind es 85, normale Sandsecke halten 65 aus. Und ihr könnt auch einstellen, wie viel die Wände denn kosten sollen. Ein so ein Paar, normale Wand kostet 5 und ich habe mir gedacht, komm, 15 ist eingestellt. Dann kostet meine Wand einfach 20, um das Ganze ein bisschen teurer zu machen. Dann gibt es noch die Concrete Walls, die Betonmauern. Und zwar, die sind 5 mal stärker als normale Wände. Müssen aber forscht werden und extra glauben auch Bestandteile davon, um die bauen zu können. Peter Void, da könnt ihr einstellen, Laufwege von Kolonisten. Wenn ihr jetzt lauter Schlagfallen aufgebaut habt, sagt ihr, ne, 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 die verbieten. Dann laufen die brav außen rum und ich laufen durch und durch die 2%ige Chance löst sie aus und das ist halt kacke. Und das gleiche könnt ihr auch bei den Minen oder Sprengfallen nehmen. Where's My Weapon, könnt ihr einstellen, ja, ihr seid im Gefecht. Ein Kolonist wurde bewusstlos, der wird zurückgetragen, die Waffe bleibt da. Die Waffe wird zurückgetragen ins Lager. Er ist da, wacht auf, keine Waffe mehr. Ihr denkt euch, äh, Mist, was hat er denn jetzt wieder gehabt? Welche? Und das ist so. Der wacht auf, läuft rum. Ah ja, an dem Radius ist meine, läuft zu der Waffe hin, rüstet sich automatisch aus und hat seine eigene Waffe wieder. Richtig cool. Äh, Mistraining. Das sind, ähm, hier so kleine, äh, Aufstellchen, ähm, wie halte ich, ja, Aufstellscheiben, Schützenscheiben. Für einen Fährkampf könnt ihr da die Skills trainieren. Das funktioniert wirklich, aufstellen, aufstellen, dann lasst ihr die drauf schießen oder im Nahkampf und dann geht der Skill dementsprechend wieder hoch. Äh, Selling, äh, Prisoner, bis, äh, was ist es? Das ist nur Guld. Und zwar, ähm, richtig, richtig geil, die Kolonisten bekommen nämlich kein Malus mehr, wenn ein Gefangener verkauft wird. Da denkst du dir, hä? Also normalerweise, ja, Gefangener, die haben uns geradet und jetzt verkaufen wir sie für Cash und dann sind die alle Depri. Oh, geht gar nicht, Mann. Okay. Äh, die Animal Gear rüstet, äh, eine Rüstung für Tiere, die könnt ihr mit beim Angriff mitnehmen oder zum Verteidigen und da sind die einfach besser gepanzert der Gegner. Basics, da sind einfach noch ein paar mit dabei. Was auch noch cool ist, was ich gefunden habe, ist der Field Medic. Äh, die Kolonisten werden vororts verarztet, hier mit der kleinen Tasche. Aber, äh, er hat bloß Plästerchen dabei, also hält es nicht lange, aber es reicht, um die Zeit zum Überbrücken, dass er stark ausblutet, ähm, vom Schlachtfeld bis ins Krankenbett, dass der da richtig verarztet werden kann. Die, äh, Rim Hut, äh, auch sehr, sehr nice, nachdem es auch auf Deutsch natürlich ist, überarbeitet worden ist. Sie haben eine detailreiche Übersicht, äh, bei den Charaktern im Bildschirm hier unten. Ihr klickt den Charakter an, dann kommt hier unten, ja, der Bildschirm, äh, Gesundheit, äh, weiß was nicht, ähm, Skills, Sozial, Interaktion und so ein Gedöns. Und, ähm, das ist standardmäßig ausgewählt und da habt ihr auf der linken Seite, ja, Essen, Hygiene, Schlafen, die ganzen Balken und rechts davon sind die ganzen Skills mit, ähm, den Zahlen dran und auch mit, äh, Plus markiert, äh, wie Feuer und Flamme sind und dafür brennen. Also, Research Pal, neuen Forschungsraum, das halt mit, äh, kleinen Bildchen und was auch eigentlich ganz nice ist, ähm, es kann auch, Forschung können aneinandergereicht werden. Ähm, nicht immer die Forschung, okay, Forschung ist fertig neu auswählen, sondern einfach, patsch, ich möchte gleich irgendwo weiter hinten das nehmen, patsch, dann sucht er sich den Weg aus, nimmt die ganzen Forschung oben mit und dann forscht er eine nach der anderen durch. Mortar Accuracy ist, ähm, wie genau der Mörser schießt mit dem Kolonisten. Ihr könnt, äh, einstellen, entweder mit der Intelligenz oder mit dem Fernkampfskill, wie er das macht, je höher der Skill ist, umso genauer ist er auch auf die Entfernung, wie niedriger, umso schlechter ist das natürlich auch. Dann noch, Achtung, richtig nice, ihr könnt eure Kolonisten auf eine Linie oder bestimmten Formationen und so wie hier, ähm, ja, immer gleich bewegen, äh, links um machen, rechts um, verschieden. Und so könnt ihr das Ganze auch steuern. Auch alles von Brains, dem Andreas Padaike. Ist auch hier, ähm, von, ähm, Kamera Plus und von, hier zeige ich nochmal, Kamera Plus und noch von Zombieland, der Mortarsteller. Äh, äh, der Quality Builder ist mit dabei. Ihr könnt gleich von Anfang an einstellen, wenn ihr, äh, alle Möbel, zum Beispiel, nur auf normal haben wollt und alles, was niedriger ist, ist sehr blöd. Ihr könnt ja immer wieder von Hand abreißen, wieder neu bauen, hoffen, dass es klappt. Einfach einstellen von Anfang an, die bauen das so, der baut das, dann ist es, äh, keine Ahnung, schlechter als normal, das ist übel, reißt er automatisch ab, baut wieder neu. Und so macht ihr das automatisch selber, bis ihr mindestens das hat, was ihr angestellt habt. Die Kamera Plus ist mit dabei, ähm, jetzt könnt ihr auch noch mit der Kamera weiter heranzoomen, noch, 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 noch näher. Äh, für Nahaufnahmen, Screenshots könnt ihr ein bisschen bearbeiten, keine Ahnung, für Bildchen und was, hab ich auch schon benutzt. Ganz cool von ihm. Bionic Icons ist, ähm, ihr habt, äh, verschiedene bionomische Teile, die wir schon gehabt haben. Ähm, äh, Arm, Fuß, Herz, Leber, Wirbelsäule und das ganze Gedöns, das wird jetzt hier sogar noch angezeigt. Ah, Lunge, mit nem Fuß, mit nem Brust, äh, keine Ahnung, Kopf, Herz, weiß was ich, Wirbelsäule, Augen. Ganz cool, dann statt immer rumzusuchen, ah ja, wo ist das, pipapo, was weiß ich was noch. Map Revol, neu entdeckt, schon ausgenutzt, richtig geil, sogar ne richtig coole Map gefunden. Und zwar, äh, ich klicke drauf, denkt ihr, mh, okay, eigentlich ganz geil, aber irgendwie nicht so das passende dabei. Ja, wieso nicht, oben dann auf die Würfel klicken, äh, dann könnt ihr da ein bisschen re-rollen. Und zwar, es gibt nur einen Nachteil daran, es steht so oben Balken, 100% Ressourcen. Ihr würfelt einmal, da gehen 2% der Ressourcen weg, also insgesamt nur noch 98% und es verschwinden wirklich die Ressourcen, so wie, ähm, Silber, Stahl, alles was, äh, extravagant ist, wird immer weniger und immer weniger. Ihr könnt auch sogar noch die Gassiere, könnt ihr um 1% für jedes Mal immer, die verschiebt es dann wieder und irgendwann passt, und dann habt ihr sie da, wo ihr sie braucht. Also eigentlich ganz geil, nutze ich sogar auch noch. Und, äh, zu guter Letzt, ist, ähm, Empire Sable, Chest, Deepwater, und zwar immer blöd, wirklich tiefes Wasser. Bauen kannst du natürlich nicht, du kannst es nicht wegpumpen, und was ist, die ganzen Leute können einfach durchlaufen. Ab jetzt nicht mehr! Und zwar können sie nur noch in dem seichten Gewässer rumrennen, und die tiefen Stellen sind nicht mehr mit dabei. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz nice. Okay, gut, dann war's hier für die Mod-Vorstellung. Und in der nächsten Folge geht es natürlich gleich weiter mit der Kolonie Gründen. Geht es hier mit den Avenged Androids. Ich habe einfach genommen und dann ein bisschen was umgeändert, aber ich denke, ich mach's hier unten einfach noch auf Deutsch. Und dann passt die ganze Sache. Dann sag ich hiermit, danke fürs Zusehen, und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit der Kolonie Gründung und Landung und schon mit dem ersten Bau. Ich sage danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Servus! Zusehen, bis zum nächsten Mal.